Okay, ich mache jetzt noch eine Stunde, dann zocke ich EFT. Ich habe keinen Bock da jetzt hier voll gefrustet zu werden, man. Naja, so wirklich gefrustet bin ich nicht. Es nervt halt nur extrem, ne? Und ich weiß nicht mehr, warum ich nur eine Angriffskraft von 1 habe, man. Er schießt durch seinen eigenen Mann durch. Hast du das gesehen? Er hat irgendeine Special-Fischheit benutzt. Und hast du gesehen, der Pfeil ging durch ihn durch, Alter? Ich mache einfach neu jetzt, weil das oder so scheißegal ist. Ich renne jetzt einfach durch. Lassie! Ja! Hey! Lassie! Sire! Hast du gesehen, wie oft ich ihn erwischt habe? Willst du mich verarschen, Alter? Ja, es würde so schon wieder unmöglich zu erledigen, jetzt hier. Keine scheiß Chance. 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 Ich weiß gar nicht, was diese beiden runden Dinger bedeuten da unten links. Keine scheiß Chance. Keine scheiß Chance. Keine scheiß Chance. Keine scheiß. Keine scheiß Chance. Ja, beruhigt sich schon wieder nicht. Du f***ing kidding, Alter. Okay. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss den gar nicht besiegen. Ich glaube, ich kann hier auch so einfach zur Stadt schwimmen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. amorten aber nachdem ergeben werden nur wurden ich werde schon wieder Jetzt ist hier noch einer mit dem Shitzimmer, geht es eigentlich noch schlimmer? Was ist hier? Geh! Es ist echt zu geil man, ich will gar nicht wissen, wie er mich gefunden hat. Nur ich bin mir jetzt unsicher. Ganz ehrlich, weil eigentlich will ich den Shinobi schon blatt machen. Ganz ehrlich, dass ich den Shinobi schon blatt habe. Vielen Dank. 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 What the fuck? 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 hast du keine chance zu machen und entweder ich bin dumm alter hast du das gerade gesehen die greifen uns doch an also ich würde einfach sagen mir ist das spiel zu schwer ich habe keinen bock mehr fällt mir drauf und ehrlich gesagt habe ich zero bock oh man ich bereute es irgendwie dass ich das gekauft habe ich würde einfach sagen ich glaube mir ist das spiel zu schwer es ist total sinnlos man ist das spiel für mich und wer sich jetzt gerade fragt von was ich der mit bekommen habe ich bin zweimal an die mauer die angst und schau dir das mal an so nicht deine angst Das ist mir doch scheißegal, Alter. Aber nicht, das hat eine Kühldown-Kühldown-Zeit, ich wollte gerade sagen. Das war's für heute. ich habe keinen Bock mehr, ich helfe auf ich bin jetzt drei Stunden lang gestorben, das spielt man nur nicht, ich muss sagen, keine Ahnung genau Es ist so Bullshit, wie die Pfeile durch die eigenen Leute durchgehen und ein Treff, das ist so ein Bullshit. Ja okay, scheiß drauf, ich hör drauf. Ich hab all mein Geld verloren und all meine Punkte, man. Fuck drauf.